Oh, wie komm ich denn da hoch, sag mal? Da ist doch einer. Oh, alter. Ja, 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 ja! Oh, ah, da ist doch einer! Wo kam der Schuss her? Hey! Ah! So. Ah, nein, wieso? Geile Mucke. Wo ist der Gegner? Safe State. Ah, da! Oh, hab ich mich erschrocken, Alter. Die kommen ab... Ah, da oben! Okay. Okay. Ah, die können nicht so weit, das ist gut, ey. So, der ist tot. Der andere jetzt auch gleich. Ich scheiß jetzt mal auf Headshots, weil... Die bringen eh nix. Irgendwie, keine Ahnung. Und ich hänge hier fest. Ah! So. Okay. Ach, Gott, ey. Ich komm mir vor wie... Ja. Ah! Ey! Keine Ahnung. Alter, wie soll ich da... Alter! Da vorne! Oh! Ich brauch hier Medi-Packs, ey. Wir müssen doch irgendwo Medi-Packs sein. Alter, wie soll ich das denn machen? Mit vier Leben jetzt den ganzen Helikopter zu besiegen. Hallo? Ich save das mal. Ah! Okay. Okay. Ich seh euch, meine Freunde. Ihr hockt euch dahinter. Dann ist noch der andere. Er ist ein Ami-Soldat, ja. Zack. Headshot. Und... Da ist noch einer. Aha! So. Weg mit dir. Noch irgendwo jemand. Ist hier noch wer? Ah! Da oben! Oh, schaut mal, was da oben ist. Da oben sind jede Menge Medi-Packs. Ah! Scheiße! Nein! Oh! Das wollte ich nicht. Oh, das tut mir leid. Oh, scheiße. Ich hab einen... Einen Zivilisten getötet. Oh, nein. Scheiße, Mann. So, wie... Aber wie... Oh, das ist ja richtig geil da oben. Was für ein Paradies. Wie komm ich da hoch? Ah! Ah! Wo denn? Wo denn? Hallo? Ah! Dahinter mir! Feiges Schwein, Alter! Oh! Das... Oh, Patronengürtel. Aber ruhig ein wenig. Ich wollte das Medi-Pack da. Gib mir das Medi-Pack. Sehr schön. Na toll. Ah, da ist, glaube ich, der Endgegner da durch. Ja, da ist der Endgegner. Komm ich hier rein? Ne. Wie komm ich da hoch? Wie komm ich da hoch? Ich weiß, dass das irgendwie ging, ja? So, wie ging das? Ah, das war doch dieses Geheimnis hier. Ja, ja. Ich weiß schon. Das erleichtert uns den Bosskampf so... So viel, ja? So, ich glaube... Hier? War das hier? Hä? Moment mal. Wie komm ich da hin? Vielleicht ganz... Hier ganz hinten durch, wa? War das hier? Ne. Hier war noch eine Rakete. Ah, vollständig. Okay. Ah! So. Ne, hier auch nicht. War das hier rein irgendwie? Ne. Hä? Wie komm ich da hin? Hey, ich will da hoch. Äh. Bin ich jetzt total plemplem? Ich will da hoch. Ich will jetzt nicht so gegen den Endgegner kämpfen. Psss. Ne, Alter. Kannst du vergessen. Das kann nur schief gehen, wenn ich das so mache. Ich komm da nämlich nicht hoch. Das ist das Problem. Oh, warte. Moment mal. Da ist doch da... Ah, okay. Da rechts irgendwo. Ja, das wird jetzt wieder ein längerer Part. Ich muss erst mal das Versteck suchen. Ja, hier war es ja nicht. Ne. So. Ich muss erst mal das Versteck da finden. Hier war ich aber eigentlich auch schon. Ah, komm schon. So. Ja, wir spielen eine Frau. Das ist sehr cool gemacht. Das hier muss doch aufgehen. Ne, irgendwie nicht. Problematisch ist es ja. Aber Moment mal. Vielleicht hier irgendwo, wa? Hier rein? Ne, auch nicht. Oh, wie komm ich da hin? Ich muss da hin. Anders kann ich den Endgegner nicht vernichten. Das geht nicht. Ah, vielleicht hier und jetzt hier rein? Ne. Hä? Ah, vielleicht... Ah, die Musik ist weg. Ah. So. So, hier? Ne. Da hinten links irgendwo muss das sein. Wenn ich mich jetzt nicht irre... War das doch hier? Ha... Ja, hier. Und jetzt hier? Das ist die richtige Richtung. Glaube ich. So. Und... Wo bin ich? Ah, jetzt bin ich nochmal hier bei dem. So, was war hier? Hier bin ich wieder raus. Raus, ne? Ja. Shit. Ach man, wo ist denn? Alter. Es tut mir leid, wenn ich jetzt hier rumirre, aber... Irgendwie... Irgendwie muss das doch... Hier? Ne. Hä? Alter. Wo war denn das jetzt nochmal, Alter? Kann man hier irgendwas kaputt schießen? Ne, kann man nicht. Ach man, ist das blöd, ey. Ich renne hier wahrscheinlich wieder komplett zurück jetzt oder so, ne? Ja, hier war nur der andere Bonus. Ne, ich brauche die Sachen, die da oben waren. Und irgendwo hier war das auch. Ich denke doch schon. Das kann doch nicht so weit weg gewesen sein. Ach, auf der Suche nach dem goldenen... Keine Ahnung was. Naja, schauen wir mal. Ich gehe mal wieder hier hoch. Lauf, lauf. Aber so weit kann das doch nicht weg sein. Jetzt mal ehrlich. Das kann es doch nicht sein. So, hier war der Endgegner. War das nicht hier? Nicht hier irgendwo? Ne, irgendwie nicht. Ich kann doch nicht so den Endgegner angreifen. Ne, das geht nicht. Wo soll das denn sein? Wie komme ich da hoch? Kann mir das jemand verraten? Ich weiß, ich finde es wahrscheinlich selber raus. Aber das kann eine Weile dauern, wa? Ne, hier ist nichts. Hier kann ich nirgendwo rein. Äh, das ist jetzt blöd. Was ist hier? Hier kann ich doch... Ne, hier kann ich auch nicht rein. Was soll denn das? Und was soll das, dass die Musik jetzt immer weg geht? Ne, ich trau mich nicht... Ah, hier kann ich hoch. Moment mal. Hier kann ich doch hoch. Ist das vielleicht hier irgendwo? Ne, hier war ich aber doch schon. Alter. Das kann es ja wohl nicht sein. Ja, die Musik ist geil, aber die... Es nervt doch, wenn ich jetzt hier nichts finde. Wenn euch das zu lang dauert, dann spult ruhig vor. Und schaltet dann wieder ein, wenn der Endgegner kommt, weil... Irgendwie ist das jetzt hier ein bisschen verarsche. Dann machen wir es mal so. So, dann schaue ich nochmal, was hier war. Oh, ey. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. So. Hier wieder durch. Dann hier wieder durch. Ja, ja, ich erinnere mich. Ach, Mann. Mann. Das ist doof. So. Kann ich auch nicht rein. Wo ist denn das? Ich lade nochmal hier. Ah, nein, das war vor den Gegnern. Oh, scheiße. Da muss ich die jetzt nochmal vernichten. Sekunde. Ah, warum? Trefft mich doch nicht von da hinten, Mensch. So. Und jetzt... Äh, da ist der andere. Da ist ein Hedgelot. Okay. Ach, Mensch. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Irgendwie muss das doch gehen. Nein. Diesmal nicht. Ach, Mann. Ich schieße immer auf die Kiste. Ich habe es aber auch mit der Kiste. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich hier hoch? Wie komme ich hier hoch, sag mal? Das ist von da hinten. Ja. Ja. Dann muss ich erst mal zum Boss gehen. Ah! Ah! Alter! Lauf doch nicht hier rum. Blöder Ami. Ist... So. Oder ist das hier? Nö, auch nicht. Ne, da muss ich rein. Dann tut es mir leid. Dann muss ich das so probieren. Ja. Ja, okay. Ich speichere hier mal. Und jetzt... Und jetzt direkt hier wahrscheinlich irgendwo... Ah! Alter! Jetzt wahrscheinlich hier... Raus! Ne, ich kann nicht raus. Fuck! Ja, was soll das sein? Ich checke es doch nicht, Alter. Ja, das bringt doch so nix, Alter. Das bringt doch so gar nix. Das bringt nix. Ich sterbe hier. Nö. Ich sterbe hier. Wo ist der Hubschrauber? Da kommt er. Ja, ich muss abhauen. Ah, was ist das? Was ist das? So, ne. Ah, ich kann hier campen. Das ist gut, Alter. Ah. So. So, und? Ah, treff ihn! Ah, shit! Ja, wie soll ich das machen? Das geht nicht so. Das geht nicht so. Ey, hallo. Wie soll ich das machen? Wo muss ich... Wie... Ah! Wie komme ich da hoch? Muss ich vielleicht das Ding hier vernichten oder so? Ich muss da doch irgendwie hochkommen. Ich brauche das Zeug. Ich brauche doch das Zeug da oben. Ne, keine Ahnung. Muss ich das jetzt so versuchen? Es werden wahrscheinlich heute zwei Folgen von mir. Ich werde wahrscheinlich in der Mitte einmal schneiden. Und, ja. Ja. Dann. Wie soll ich das machen, Alter? Ja, da kommt dieser scheiß Hubschrauber schon wieder. Oh! Warum soll ich doch alleine gegen einen Hubschrauber kämpfen? Wie soll das gehen? Das geht nicht. Das geht nicht. Ich gucke doch mal gerade, wo dieser Durchgang sein soll. Ey. Das kann nicht sein. Das geht nicht. Der Durchgang soll da irgendwo sein. Oder ist das irgendwas hier kaputt machen oder so? Irgendeine Tür? Diese Tür hier oder so? Nö. Nö. Ne, weiß ich gerade nicht. Ich weiß gerade echt nicht, wie ich da... ...da hinkommen soll. Kein Plan. Ich schieße jetzt... Alter, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass hier nirgendwo... ... ein Zugang dafür ist. Wie? Ich brauche die Sachen da oben. Was ist denn das für eine Scheiße? Keine Ahnung. Ich probiere es halt noch mal. Nö, der geht... Das geht nicht. Der trifft mich immer direkt. Oh. Gesperrt. Ja, toll. Danke. Wie soll man... Ne. Ey. Das geht nicht. Es geht nicht. Ich probiere es noch mal hier jetzt. Ob ich hier irgendwo... ... das machen kann. Ansonsten kann ich den Kampf vergessen. Das kann ich vergessen so. Alter. Nö. Äh. Ich mache einen Cut. und guck mal, wo ich da hinkomme. Das kann doch nicht angehen. Also bis gleich. So, hallo zusammen. Da bin ich wieder. Und äh... Boah, das war aber sowas von versteckt. Seht ihr diese kleine Rille da? Äh... Da kann man draufschießen. Und da öffnet sich was. Ja. Und ja, da sind wir jetzt hier oben bei den Medipacks. Alter. Ey, ich habe eine Komplettlösung gebraucht, um das zu finden. Das ist ja... Das war ja sowas von versteckt, Alter. Wie soll man das denn da so sehen? Hier war... Hier ist auch nichts mehr. Ich bin endlich hier oben. Oh mein Gott, ey. Ja, jetzt habt ihr wahrscheinlich 10 Minuten... euer Leben verschwendet. Aber... Ja. Egal. Das tut mir leid. Jetzt sind wir voll gerüstet mit 5 Medipacks. Und 20 Munition. Und das sollte doch jetzt reichen. Das sollte doch jetzt wirklich hinhauen, oder? Ich glaube, diese Ausrüstung braucht man halt auch. Um gegen den Hufschrauber hier zu kämpfen. So. Hufschrauber. Komm. Komm raus. Komm raus, du Penne. So, jetzt bist du dran. Okay, und zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Komm schon. Komm schon, Weiling. Boah, ey. Da muss man echt gegen den Hufschrauber kämpfen. Das ist doch zu viel, Alter. Zack, 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 zack. Wie viel hältst du aus? Ey! Ah! Ich habe keine Muni mehr. Ah, ich habe keine Muni mehr. Da sind noch, okay. Ja. Sehr schön. Fünf Stück. Okay, wo bleibst du, Hufschrauber? Da bist du. Komm. Und zack, 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 zack. Ja! Ja! Boah! Alter! Was war das denn? Oh. Oh, ey. Was war das für ein Kampf wieder? So. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe das Versteck gefunden. Ich habe eine Komplettlösung gebraucht. Und, ja. Jetzt muss ich... Jetzt komme ich hier nicht weg, oder was? Ey. Wo muss ich... Ach, da, ja, da. Ja, alles klar. So. Sehr schön. So. Dann bin ich jetzt hier. Ah! Hier kommen vielleicht sogar noch Gegner. Oder? Ja, hier sind noch Gegner. Oh, ey. Ist das mies. Ist das mies. Oh, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nur weil ich jetzt Minipacks habe, müsst ihr mich nicht hier so vergewaltigen. Ist mal ehrlich. So. Okay, ich glaube, da muss ich rein, ha. Oh, Gott sei Dank. Geschafft. Yes! Geschafft, Mann. Okay. Endlich zurück im Labor. Gut. Diese neue Dekodierung-Software müsste funktionieren. Äh, hä, hä. Code? Was für Code? Was für Code? Ja. Ah, gut. Okay. Einfach geraten. Ach, sehr gut. Mission beendet, Alter. Ich habe einfach nur geraten, gerade. Oh, Mann. Gibt es jetzt eine Filmszene, oder was? Ich glaube nicht, war. Oder? Ah, nee. Ah, doch. Ah, cool. Okay. Oh, schön. Okay. Okay. Sieht so aus wie in der Heimat von meiner Frau. Siehst du mich, Philippine? Ist schön, auf jeden Fall. Yo. Okay. Na, ist klar. Ja, Stil 0 ist klar, weißt du. Das war schon richtig schlecht. Aber na ja, gut. Äh, wir haben es geschafft. Äh, ich speichere das direkt mal. Weil das war mit so eine Stelle, wo ich noch, äh, gewusst habe, dass die Scheiße ist. Und, ja, genau. Aber wir haben es geschafft. Und, ja. Sind jetzt weiter. Und ich glaube, ja, beim nächsten Part ist das letzte Level dran. Und zwar hier. Tarnboot Hallonbucht. Genau. Genau. Wir haben jetzt die, 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 das dekodiert. Und wir sind jetzt, wir haben jetzt das Tarnboot gefunden und gehen an Bord. Genau. Aber das machen wir jetzt das nächste Mal. Äh, ja. Nach denen fehlt es jetzt, muss ich erst mal aufhören. Genau. Äh, für alle, an alle, die es trotzdem, denen es trotzdem gefallen hat, bedanke ich mich. Und fürs Zuschauen. Und, ja, genau. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Und, genau. Und, wie ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.